Guten Tag, äh, Regen der dunklen Seite, äh, wir sind wieder da auf Korriban, ich glaube, ich war hier ja schon mal, oder? Wo war Fett? War das nicht hier? Äh, oder auch nicht? Äh, war das schon die ganze Zeit? Macht mich, ich bin Böööö, äh, eigentlich? Hey, nein, hey, 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 nein, Mann! Meine Güte, wie schnell bin ich denn, bitteschön? Hat er mich gerade aufgeladen, als ich die Wachtabsorbierung eingeschaltet habe? Das war ja cool. Ich möchte jetzt nicht stoppen. Oh, das ist ja interessant, wer gewinnt. Wie gut bist du denn, wirken? Du kannst mich nicht stoppen. Auf wen wettet ihr? Ich dachte, die Jedi bin erster. Wie sie einfach die Stimme zwischendurch ändert. Ich will dir nicht wehtun. Du kannst mich nicht stoppen. Ich werde dich besiegen. Krass. Was hast du denn da drauf? Alter. Nee. Willst du mich töten? So sei es. Okay. Aha. Jetzt bist du ohne Lichtschwer. Stirb. Stirb in wieder. Oh, lol. Du kannst mich nicht stoppen. Du kannst mich nicht stoppen. Ich meine, ich störe nicht. Hey, wir haben die gleiche Lichtschwerdfarbe. Yay. Du kannst mich nicht stoppen. Hast du ihn schon getötet? Was war das denn für eine Lache? Du nervst, Junge. Hey, ey, 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 ey. Du bist nicht der Papa. Mach was, Junge. Alter. Macht ist mein Verbündeter. Danke, schätze ich. Macht ist mein Verbündeter. Ach komm, schon echt jetzt. Ich st cobwebe Ich störe mich echt an wie ein Tropf. Es tut mir leid. Es wird bei uns GG. Meine Liebe, meine Liebe, leid. Meine Liebe, meine Liebe, meine Liebe. Es wird ein bisschen scheitern. Ich schau mal auf. Ich schau mal auf. Ich schau mal auf. Wie kann man sich mit meinenADern? Ich schau mal auf. Ich schau mal auf. Ich töte alle! Alle auf einmal! Was geht denn jetzt ab? Irgendwas, was war das denn? Hä? Das scheint ein guter Kämpfer zu sein! Jawoll! Ein Eindringling! Stopp! Es geht keinem Kommen! Was hast du denn hier? Jo! Okay, das Feuer tut weh, wie es scheint. Hä? Ach, es sind ja zwei! Es sind ja drei! Vier! Sie haben keine Chance! Sie haben keine Chance! Sie haben keine Chance! Du auch nicht! Hä? Ja genau, lade dich auf! Ich dachte gerade, ich habe die da hinten wiederbelebt! Ich habe gerade wirklich gedacht, ich habe die da hinten alle wiederbelebt! Was? Ich sollte speichern, ne? Ähm... Nein! Oh mein Gott! Sag mir nicht, ich habe gerade... Warte... Was? Was? Oh mein, was mache ich denn? Nein! Weg, 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 weg! Alter, was mache ich denn die ganze Zeit? Nicht, dass ich jetzt meinen Spielstand kaputt mache! Oh mein Gott! Okay, das war das! Die gewaltige Wahl! Sag mir nicht, ich habe das Ding über... Okay, ich dachte schon! Aber ich habe jetzt den Spielstand verloren! Ach! Gott verdammt! Oh mein Gott! Ach ja, ich muss mich nie wieder bekämpfen! Und du wirst mich doch veräppeln! Und du wirst mich doch veräppeln! Lol, 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 oh mamma mia! Lol, mach die mich fertig gerade! Was war das denn? Kann ich das jetzt wirklich von vorne machen? Du glaubst nicht, mich zu sehen! Du wirst schwach! Mann! Du bist schwach! Was war das denn? Du bist ein Feind! Oh mein Gott, wenn ich das mein Lichtschwert verworfen habe, ne? Du bist schwach! Oh mein Gott, nein! Mein Lichtschwert! Scheibendreck! Ich hab mein... ich hab... Ich hab grad wirklich mein Lichtschwert verworfen, ne? Komm zurück und kämpfe! Oh nein! Oh, ich hab ja nicht geschützt! Ich hab grad wirklich mein Lichtschwert verworfen! Komm zurück und kämpfe! Oh nein! Nein! Oh, ich hab ja nicht geschützt! Oh! 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 Komm mal schnell! Das ist jetzt eine weibliche Tüte So, ich speichere nochmal Aber diesmal richtig Jetzt geht das auf einmal, seltsam Ich merke gerade, dieses Level ist fast damit lange Jawohl Jetzt komme ich mir vor, ich sage, wow Und er ist tot Und er ist tot Sprechen, feichern, sehr gut Ein Eindringling Du kannst mich nicht stoppen Du mich noch weniger, ne? Hier war doch noch einer, ne? Ich spüre dich, Jedi Die Jedi sind hier Weil kommst du nicht Oh, wie viele welche denn? Es ist ein Jedi werden sie Wie komme ich aus diesem Raum? Hä? Du bist doch gerade reingegangen Den gleichen Weg wieder raus Okay, schluss mit lustig Weiter mit Ernst Aller Ernst Ah, lass mich warten Hier die Pic Hä? Lass mich warten Hä? Hä? Oh! Ich glaube, ich muss hier irgendein Rätsel machen Oh! Oh, ist das Ragn... Äh... Äh... Raka... Ragn... Nein, wie hieß der nochmal? Magna Ragnos? Der hier liegt? Gross! Ähm... Hä? Ich... Ich höre was machen Ich habe keine Ahnung Blitze Äh... 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 Jetzt zeigt ich mir das Ding plötzlich Okay... Äh... Ja... Äh... das war doch der schub okay sollte mit cool das ist ja cool das ist ja cool fast tot da sehe ich einen typ mit einem blauen nicht schwer Was? Was? Was versteht hinter mir? Hol dich doch wieder! Was hast du denn? Ich dachte, die Jedi wär am Start! Oh, das war der Typ mit dem blauenlichen Schwert. Was? Eins Zwei Und drei Er hat ihn gekillt. Ich habe ihn gekillt. Was ist jetzt hier? Und ein Dreiecks Kukloch. Boah, nicht dass ich noch am Ende gegen Magna Ragnos kämpfen muss. So, ich speichere doch mal. hier wird anderswo geöffnet vermutlich kommt da eigentlich geht es hoch okay ah Ahhhh What? Moment Oh Ahhhh Dreieck, Sandrohr, Schild Okay, Dreieck, Sandrohr, Schild Dreieck, Sandrohr, Schild Okay, jetzt darf ich wieder warten Dreieck Dreieck Sandrohr So Okay Wie sind die schon da reingekommen? Korn Nummer 1 Oh Dreieck'n hier ab Oh nein, nicht so Ich mag die Farb-Froheit in diesem Kampf Oh, das waren die drei, fast alle gleichzeitig, okay Sehr ewig, sehr ewig Ich spüre dich, Shady Du hast überlebt? Wirklich? Okay, okay Das ist der nächste Ach, schau mal da oben Alles klar Hm Äh Gut Weichern 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 Komm her Ah Ich muss zu dir kommen, okay Kein Problem Müsste ich machen Ach ja Stimmt ja, da war ja was Verdammt Gut Äh Gut Ich habe in die Zukunft geschaut und gesehen Dass ich Ein Problem habe Ah, ich muss ziehen, oder? Oder? Äh Dass die... Ah, ich muss hier ziehen, okay Ähm Ich habe in die Zukunft gesehen und Gesehen, dass ich Äh 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 Auf ihn nicht schießen sollte Also mache ich das auch nicht Du bist da hin, ne? Okay Yeah Du bist tot? Ich bin blau Denk mal darüber nach Und jetzt? Nein Okay Okay Speichern 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 30 Minuten schuzen Was ist durch mich den Tod? Nice Komm wieder Ich möchte jetzt nicht treffen Nummer 1 Lieder Zwei Lieder Ah Ah BAM Nummer 3 Wie doch Ha Genau, der dritte Lieder war ich Äh Okay Das war ungünstig Bitte geben Sie auf mich den Tod Geben Sie doch auf Nein Kung Fu Panda Du wirst mich doch veräppeln Du willst mich doch veräppeln Du willst mich doch veräppeln Wir werden mich erscheinen Ich erscheinen Ah Ah Steben Sie doch auf Nein 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 Ich will dir nicht wehtun Oh, hi. Komm wieder. Sie sind umzingelt. Was? Meine Güte, sie sind ja Elite. Wir werden nicht scheitern. Mann, 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 Mann. Pstüren sie doch auf. Du willst mich doch verätteln. Sag mal, wie das? Ey. Warum? Ist der Algorithmus gegen mich? Alter. Lass dich von der Masche. Ich springe alle auf mir drauf. Die Zimmermännchen. Ich bin ein Jedi. Ey, komm her du. Ey, klar. Jawohl. Das war der nächste. Ich werde dich besiegen. Ja, ignoriert mich gut. Kein Problem. Ich schau mich da weile mal um. Ah. Und speichere mal. Ich komme von hinten. Und ich, ja, direkt von vorne. So. So macht man das. Na ja, 73 Minuten. Äh, wo geht's hier lang? Hier? Nein. Da oben? Da. Ach so, das ist nur Heilung. Okay. Äh. Äh. Ja, 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 äh.